Die Freiheit bereitet für mich freien Raum, losgelöst von allen Zwängen, Verordnungen, Gesetzen, die Einschränkungen mit sich bringen. Es ist natürlich sehr schwierig in einer Gesellschaft eine komplette Freiheit zu holen, da wir eingebettet sind in vielen Verordnungen, Gesetzen usw. Und deshalb ist es immer wieder schwierig von einer totalen Freiheit zu sprechen.